Hallo ihr Lieben, das ist der Mischemeyer, Vater, Vater, Beziehungscoach und so weiter und so weiter, Diplomopsychologe. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de, Haufen cooler Kurse, ich sage immer wieder, macht die Startkurse da, Programmierung des Liebeschiffs, Modul 1, Selbstliebe-Challenge geht wieder los, 1. Januar und so weiter. Ja, heute haben wir mal das spannende Thema, so die Tinder-Ökonomie und die Frage, ja, stehen Männer wirklich nur auf Lux und die werden wir jetzt aber nicht allgemein beantworten. Ich denke schon, dass Männer viel auf Lux, also schon, wie soll ich mal sagen, von der Programmierung her, viel auf Lux stehen, Frauen natürlich auch, aber Männer, glaube ich, tendenziell eher noch mehr. Ja, komischerweise zeigt sich aber in so einer kleinen Tinder-Untersuchung ein ganz anderes Bild und das ist wirklich hochspannend aus vielerlei Gründen. Gut, und wir schauen uns das mal an hier, also dieses Bild kann man an vielen Stellen finden im Netz. Ich blende den Link da unten drunter nochmal ein und ich nehme mich auch mal kurz hier raus. So, da kann man jetzt, sieht man meine Maus eigentlich? Nee, wahrscheinlich nicht. So, schauen wir uns das mal an, ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber wir gehen mal diese Mail-Attractiveness-Skala da links, also die Y-Skala quasi, gehen wir mal hoch. So, wenn jetzt ein Mann 100% Attraktivität hat, also Tinder kann das ja irgendwie messen, die haben ja unfassbar viele Daten, dann sehen wir an diesem langen Blauen, dass quasi 100% der Frauen den schreiben. Ja, macht jetzt auch Sinn. So, und dann sehen wir aber, dass das scharf, scharf abfällt und dass, wenn man 80% Attraktivität hat, dann schreiben ihn nur noch 23% der Frauen. Wenn man 60% Aktivität hat, dann interagieren die Frauen nur noch zu 8, 9% und es fällt wirklich scharf runter. Das heißt jetzt mal so, wenn man das wirklich zusammenfassen will, heißt es, dass Frauen nur 20% der Männer auf Tinder attraktiv genug finden und 80% aussortieren. Da fragt man sich natürlich schon, wie ist denn das eigentlich mit der, wie wichtig man aussehen findet, so. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt gucken wir uns das mal andersrum für die Frauen an, dass wir jetzt unten Female Attractiveness, so die X-Skala quasi, da, wenn wir auf 100 gehen, sehen wir wieder, ja, 100% der Männer interagieren. Wenn wir auf 80% gehen, also Female Attractiveness, sehen wir, dass es immer noch fast 100% sind. Wenn wir auf 60% gehen, sehen wir, es sind immer noch 90% der Männer, die interagieren. Und wenn wir auf 20% gehen, sind es immer noch, wenn ich das so richtig sehe, hier, weiß ich nicht, 78% der Männer, die interagieren. Das heißt, Männer haben auf Tinder oder wahrscheinlich auch auf anderen Dating-Apps viel höhere Bereitschaft, mit Frauen zu interagieren und zu sagen, hey, jetzt Looks sind mir jetzt auch nicht so wichtig oder, oder das ist, keine Ahnung, also ich habe da nicht so einen hohen Standard und ich bin bereit, da mit denen zu interagieren. Heißt das jetzt, dass das alles gar nicht stimmt? Nein, ich denke, es stimmt schon, aber, gut, das habe ich auch in meinem Buch noch beschrieben, beim neuen, das kommt ja im April raus, deswegen jetzt mal nicht zu viel dazu, Aber das heißt im Grunde genommen einfach, dass Frauen auf Tinder zumindest viel schärfere Standards haben, was Schönheit angeht, so als Männer. Also, und sich dann natürlich auch nicht wundern dürfen, wenn sie sagen, sie finden jemanden so. Wie kommt es zu diesen Standards? Das ist eine gute Frage. Also, ich denke, da spielen dann halt doch eine Rolle, dass, aber da will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, dass wir das Video, glaube ich, sprengen, dass wir als menschliche Säugetiere eben auch Female Choice haben, so, ne, und die Frau sucht aus. Der Mann muss sich anstrengen, ich denke, das sieht man auch hier so, plus, dass viele Frauen, glaube ich, das Gefühl haben, boah, ich werde hier ganz schön zugeballert mit Nachrichten und da kann ich ja jetzt ein bisschen pickier sein. Und, und dann kommt aber sowas dabei raus irgendwie, wo man sich halt nicht wundert, dass sich da nicht mehr viel trifft, ne, weil, also so wirklich für Männer muss man eigentlich sagen, wenn du nicht in den obersten 20 Prozent bist, dann kannst du den ganzen Scheiß eigentlich lassen, sollte man gar nicht erst auf Tinder gehen. Das ist aber wirklich sowieso mal meine Empfehlung. Und, ähm, wenn du als Frau auf Tinder bist oder so, was ich ja auch nicht unbedingt empfehle, aber gut, nehmen wir mal, du machst das, ist ja auch alles okay. Äh, und du sagst, boah, ich bin, äh, drei Jahre Single und ich finde niemanden, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man da nicht Überstandards anlegt und das zu wichtig nimmt und zu viele Männer aussortiert und sagt, ey, sorry, ich hab hier so mega krasse, so unter, äh, weiß ich nicht, fünf Tonnen Muskeln und, äh, was weiß ich, irgendwelche anderen, was man da alles achtet, keine Ahnung, äh, mach ich's einfach nicht mehr. Ähm, ja, ähm, ja, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, ähm, dass da nicht viel dabei rauskommt. Also es gibt natürlich viele Gründe, warum man dauernd Single bleibt, will ich das gar nicht drauf reduzieren, aber einer unter vielen anderen, äh, kann natürlich auch Bindungsangst und, was weiß ich, ganz viele Faktoren reinspielt, aber ein Faktor ist eben manchmal auch Überstandards, ne, dass man einfach sagt, boah, nee, also ich lege die Latte jetzt ganz hoch. Darf man natürlich, also ich bin ja auch immer für hohe Standards, aber dann muss man entweder das im echten Leben ausleben und da suchen, so, ne, und da, äh, sich, ähm, in die Umlaufbahn von Männern schmeißen, wie ich das ja immer in der weiblichen Polarität sage, ähm, und denen signalisieren, dass, dass ihr Frauen die aussucht, oder, ja, Oder man sagt eben, okay, vielleicht, ähm, gibt's ja doch noch andere Sachen, äh, wie zum Beispiel Souveränität, Selbstbewusstsein, was ich erst auf dem Date sehen kann, und dafür schraube ich vielleicht meine Strahlenzimmer ein bisschen runter, dass ich vielleicht ein paar mehr Dates hab und dann darüber den richtigen finden kann. Spannend, 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 ansonsten mehr in meinem Buch, äh, ansonsten gilt ja weiter die 30k-Challenge, ich weiß, man kann es nicht alles auch so gucken, aber abonniert meinen Kanal, ich will, wenn mein Buch aus ist, so meine kleinen Challenge würde ich gerne 30k-Challenge. 30.000 Abonnenten gibt's mal weiter, sagt mal anderen, äh, und, äh, ich sag das auch früher immer relativ wenig, drückt einfach mal auf den Abo-Knopf, äh, freut mich und natürlich auch für den YouTube-Algorithmus natürlich auch mal gut in den Kommentar da lasst und ein Like und so weiter. In diesem Sinne, rutsch gut rüber, äh, ich weiß nicht genau, ob ich das Video hochlade, rutsch gut rüber in, ähm, 2022. Wir werden sehen, was das Jahr bringt, ich hab keine Ahnung, ich leb nur noch von Tag zu Tag und bis bald. Wir werden sehen, was das Jahr bringt, ich hab keine Ahnung, 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 ich hab